Durch bauwerksintegrierte Photovoltaik ist es ja so, dass wir zum Stromerzeuger werden im Gebäude. Der Strom wird lokal, quasi vor Ort erzeugt und kann im Gebäude auch direkt genutzt werden. Und das heißt, dass wir die Energiebilanz und auch die CO2-Bilanz verbessern am Gebäude. Das heißt, BPV ist ein ganz wichtiger Baustein zur Dekarbonisierung, aber auch zur Realisierung von Niedrigst-, Null- oder sogar Plusenergiegebäuden. Wir haben eine 100 Quadratmeter Fläche, BPV, dann produziert die so ungefähr 14.000 Kilowattstunden pro Jahr. Das ist schon eine ganze Menge, weil in der Regel sind aber auch Fassadenflächen größer. Das heißt, die Fläche, umso größer die wird, umso mehr Strom produziert und umso weniger CO2 produziert eigentlich das Gebäude auch. Um die maximale Effizienz von BPV-Modulen wirklich zu erreichen, ist es notwendig, die Ausrichtung der BPV-Module so optimal wie möglich zu gestalten. Das heißt, Ost-, Süd- und Westausrichtungen müssen je nach Gebäudestandort optimal umgesetzt werden, sowie auch die Neigung der BPV-Module. Denn man darf ja nicht vergessen, wir wollen maximal Strom erzeugen, um dementsprechend minimal CO2 zu erzeugen. Die Integration der BPV-Module ist sehr vielfältig. Die einfachste Integration ist zum Beispiel eine Kaltfassade. Dort würde man einfach nur eine Hülle aufbauen, um Strom zu erzeugen und vielleicht auch Gebäude damit verkleiden. Der zweite wichtige Punkt sind Vorhangfassaden. Das heißt, das sind Warmfassaden, wo die Module eingesetzt werden. Und in der Regel ist es so, dass wir vor dem Deckenkopfbereich an einem Gebäude immer opake Flächen haben in der Regel. Und dort kann das BPV-Modul sehr gut integriert werden, vor allem auch in Kombination mit der Wärmedämmung. Also habe ich eigentlich schon zwei wichtige Punkte gerade genannt, Stromerzeugung und aber auch die Generierung eines effizienten, gut wärmegedämmten Gebäudes. Also miteinander kombiniert. Und ein weiterer ganz wichtiger Faktor ist, dass wir es auch im transparenten Bereich einsetzen können. Das heißt, die BPV-Module können semi-transparent umgesetzt werden und quasi die Scheibe ersetzen, die wir so kennen, die Isolierglasscheibe, als Zweifach- oder Dreifachverglasung. Gerade bei dem Einsatz als semi-transparentes Modul, quasi als Scheibenersatz, dass wir dort noch eine zusätzliche Funktion mitbringen, und zwar die des Blend- und des Sonnenschutzes. Das heißt, die einzelnen PV-Zellen im Modul verschatten quasi die Räume mit und reduzieren auch die Raumaufheizung durch die Sonnenstrahlen. Das führt dazu, dass Klimalasten für diese Gebäude auch reduziert werden können und wir dadurch natürlich noch eine optimalere Dekarbonisierung auch hinbekommen. Über Fassaden hinaus können wir BPV zum Beispiel in Lichtdachkonstruktionen einsetzen, aber natürlich am effizientesten ist es, wenn man Lichtdachkonstruktionen in Verbindung mit der Vertikalfassade mit BPV bestückt, dann habe ich dementsprechend die beste Lösung geschaffen.